Magisches Schloss! Was soll ich anziehen? Hm. Nein, ich gehe ja schließlich nicht in die Disco. Dieses Kleid ist perfekt. Hallo? Steven! Ins Café? Äh, ja, okay. Bis dann. Ich habe zwei Verabredungen. Das wird interessant. Hallo, Kevin. Die sind für dich. Oh, danke. Das sind meine Lieblingsblumen. Setz dich doch. Hallo, was möchten Sie bestellen? Ich nehme einen Kaffee. Barbie. Barbie, probier die Törtchen. Die sind wirklich lecker. Und ein Törtchen, bitte. Okay. Hallo, möchten Sie etwas bestellen? Einen Mega-Burger, bitte. Den mag Barbie doch so. Hm. Okay. Barbie, wer ruft denn da an? Hallo? Ja, ja. Aber natürlich. Das ist meine Freundin. Bin gleich wieder da. Okay. Hallo, Steven. Da bin ich. Hallo, Barbie. Ihre Bestellung. Der Mega-Burger. Den habe ich für dich bestellt. Hä? Oh, das ist ja lieb von dir. Aber... Ihre Törtchen. Wo bleibt Barbie denn? Ich habe eine Überraschung für dich. Aber zuerst musst du deinen Burger aufessen. Oh, okay. Mh, lecker. Puh, bin ich satt. Hallo? Ja, klar. Das ist mein Chef. Bin gleich wieder da. Worum geht's denn? Oh, mein Bauch. Puh. Barbie, wo warst du denn? Jetzt ess dein Törtchen auf. Und dann gehen wir ins Kino. Ich, äh, hab aber gar keinen Hunger. Ach, Barbie, jetzt probier sie doch wenigstens mal. Ach, ja. Okay. Tee. 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 Das Eis geht heute aufs Haus. Nein! Nein, danke. Aber du isst doch so gerne Eis, Barbie. Bitte schön. Tee. Tee. O je. Tee. 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 Barbie? Wer ist das? Oh je, äh, ich kann das erklären. Barbie, was ist hier los? Ich hab mit Barbie ein Rendezvous. Ich auch. Jungs, bitte beruhigt euch. Steven, sollen wir ins Kino gehen? Heute läuft ein toller Actionfilm. Hm, warum nicht? Jungs, ihr könnt doch nicht einfach gehen. Die Rechnung. Oh nein.